Hallo Leute und Willkommen zu diesem neuen Video. Vor dem Video noch einmal kurz, das Video war von der Spielqualität nicht zu hoch, da ich halt von dem Velocity oft ziemlich rumgebackt wurde und mein Internet war der schlimmste Faktor, deswegen habe ich leider nicht so viel erreicht, aber wir sehen auf jeden Fall wie lange ich gebraucht habe, um gebannt zu werden. Davon noch ein kurzes Shoutout an meinen Altsponsor namens Vapes, also Vapets. Schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung und checkt den aus und dann viel Spaß. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Crews. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Crews. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mit der neuesten Liquid Bounce Version auf GOMMA HD und zwar in Gun Game. Und ich teste mal aus wie lange es braucht, bis man gebannt wird, aber das Ganze passiert tatsächlich aus dem Ausland, denn ich bin gerade in Frankreich, also der ganze Server wird ein bisschen laggy sein von hier aus, wie ihr auch seht, manchmal bleiben die einfach stehen und so weiter. Und ja, ich habe ein paar Sachen geändert und zwar habe ich wie Lost City geändert auf A, C und eben bei Kill Aura habe ich das Autoblock ausgemacht, weil ich möchte nämlich so wenige Flakes wie möglich haben. Ich werde mal ausprobieren, ob das wie Lost City geht, wenn nicht, dann muss ich es halt wieder zurück ändern. Aber ja, dann sehen wir uns gleich in der Timelapse wieder. Boah, die Aura ist schon nicht schlecht, muss ich es sagen. Boah, habt ihr gerade die Combo gesehen? Okay, der Velocity Black tatsächlich, muss ich mal schauen, ob ich den nochmal anstelle. Aber hier sind schon mal ein paar Leute, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bis zum nächsten Mal. Und ich wurde gebannt. Okay, wie lang war das jetzt? Ich schau mal kurz nach. Ich glaube, das war tatsächlich ungefähr 10 Minuten. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich nachgeschaut habe. Also ich habe jetzt nachgeschaut, wie lang das Ganze war. Und zwar waren das Ganze tatsächlich 9 Minuten ungefähr und 40 Sekunden. Das Ganze ist natürlich von meinem Internet sehr beeinflusst, wie ihr gesehen habt. Also das Ganze ist ein Ergebnis aus meinem, also wenn ihr in Frankreich spielt. Und wenn ihr in Deutschland spielt, können das Ganze tatsächlich länger oder kürzer sein. Auf jeden Fall war das jetzt meine Länge, also ungefähr 10 Minuten, sagen wir einfach mal. Und ja, das war es dann auf jeden Fall von diesem kleinen Video mit Liquid Bounce. Vielleicht mache ich das Ganze auch nochmal mit anderen Clients, wie mit Zink oder mit dem neuen Client, der bald vielleicht rauskommt. Aha. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Enter super software. End fill in the hay? Enter certoем shells foi pair weißnet ży888888888888888888888888888888888888888888888888888888888885 disaster8888888888888888888888888888 traveling z GO